Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und... Moment. Sollte sich das Logo da bewegen? Ähm, okay. Und... Wow, was ist das denn? Warum ist alles so... Was? Das ist nicht das normale Logo. Ähm, oh mein Gott, was ist passiert und... Hä? Ähm, okay. Und wo ist mein... Was ist... Was ist mit meinem Outfit passiert? Warum ist das jetzt viel sportlicher und... Was? Nirgendwo mehr hier sind Pferde. Oh mein Gott. Ähm, das sollte definitiv nicht so sein. Hier war doch eben noch... Ein Pferd gestanden. Oh mein Gott, im Moorland sind überhaupt keine... Moment, wir müssen uns umschauen. Das kann doch nicht ganz... Das... Im ganzen Moorland sind keine Pferde mehr. Was ist gerade passiert? Das... Oh nein, jetzt müssen wir die ganzen Dailies... Oh Gott. Na toll. Das wird ein bisschen dauern. Jetzt darf man das Ganze hier alles zu Fuß machen. Oh Gott. Nun gut. Was tut man nicht alles dafür? Ja. Ohne Pferde wird das alles hier ein bisschen dauern. Ah. Und jetzt die nächste Strecke. Oh mein Gott. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Aber... Wo zum Teufel sind die ganzen Pferde hin? Vor kurzem waren sie noch alle da. Das kann doch alles nur ein schlechter Albtraum sein. Das wird alles jetzt sehr lange dauern. Die ganze Strecke. 2.000 Jahre später. Ah. Auf nach vor Pinter heißt es jetzt mal. Jetzt haben wir ewig gebraucht, bis hier alleine hier zu sein. Und... Ja. Wird das jetzt jeden Tag so gehen? Man lernt es echt zu schätzen. Wenn nirgendwo mehr Pferde sind. Hier beim Zimmerfest steht auch nirgendwo mehr was. Na toll. In Vorpinter war auch niemand. Ja. Da bleibt mir wohl nichts anderes mal übrig. Muss ich im Morland Schuhe verkaufen. Hallo? Irgendwer? Schuhe? Auch ganz billig. Oh Mann. Ich glaube, es braucht einfach auch keine Reiterschuhe mehr. Jetzt, wo die Pferde weg sind. Ja. Was soll ich nur tun? Na ja. Euch noch einen schönen Tag und... Bis zur nächsten Folge. Star Runner Online.